Wenn ich den AK-Steuerservice zum ersten Mal nutze, einfach den Fragebogen ausfüllen und wir nehmen Kontakt mit dir auf. Entweder telefonisch oder per E-Mail. Wer unseren AK-Steuerservice bereits genutzt hat, lädt die Unterlagen hoch. Wir, die Steuerrechtsexperten, reichen die Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt ein. Nutz auch du unseren AK-Steuerservice. Es lohnt sich.